Hallo meine liebe Dattelgemeinde, hier gibt es wieder eine neue Folge mit dem Bakshi, lehnt euch zurück, entspannt euch, los gehts. Mir gehts nicht so gut. Mir gehts nicht so gut, ok, was ist denn mit dir bitte? Ich hatte eine kleine Schlägerei. Uh, ok, können sie noch mit hier in die Seite kommen, geht das? Ja. Mit ihr Helfchen kommen sie ein bisschen, so, alles gut. Es kamen so zwei Herrschaften auf mich zu, habe mich angegriffen und ich habe mich halt etwas gewehrt am Anfang. Dann ist mir was gefallen und dann bin ich geflüchtet. Haben Sie geschossen? Nein. Ihr Name ist? Rames, das sahen wir aus. Ja, ich bin vorne, ich gucke mal, ob ich noch was sehe. Sie sind hier in guten Händen bei Herrn O'Field. Die sahen nicht mehr aus. Was passiert? Gut, da hieß keiner da. Auch schwarz und weiß Maske. Ja, das ist richtig. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja. Ja, ungefähr. Haben Sie gesehen, in welche Richtung die sind? Nein, leider nicht. Also die waren gerade eben noch hier und dann sind die auch wieder rausgegangen. Wurde Ihnen was entwendet? Äh, nein. Noch nicht. Alles klar. Gut. Dann zeichnen die Kollegen Bescheid und wir kommen uns rum. Danke vielmals. Nicht dafür ist unser Job. Ja. Alles klar. Gut. Wir warten noch einen Moment. Hier bleiben noch. Haben Sie das Weckgewicht auf Ihrer Hand? Ja, ich sehe gerade. Guter Herr. Also ist Ihre Fett da vorne, ne? Könnte es sein? Ja, ja, das ist mein Fett. Ja. Ist halt nicht angeboten, nicht, dass es Ihnen wegläuft, ne? Ja, sonst weise ich einfach nach Wurz oder so, weil da komme ich ja eigentlich her. Wenn Sie sich in die Stande fühlen und möchten das machen, ich würde Ihnen natürlich erst mal raten, Zeit heilt auch nicht nur Wunden, ne? Ja. Lässt auch die Leute vergessen, die sind jetzt alarmiert. Vielleicht gucken Sie mal, ich weiß nicht, ne? Im Salon würde ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt, da denken Sie, dass Sie da reingehen, ne? Aber ich will Ihnen nichts vorschreiben. Sie sind ein freier Mann, nur Sie wissen, ne? Okay. Sehr gut. Ja. Sie machen das. Ja, dann danke ich Ihnen auf jeden Fall. Ja, ich wünsche Ihnen alles Gute. Passen Sie auf auf sich, ne? Und wie gesagt, die Leute sind ja hier. Ich weiß. Namaste dir. Namaste dir. Namaste dir. Ja. Er wurde von ein paar Leuten anscheinend niedergestochen und ist von hierhin geflüchtet. Dummerweise habe ich ein bisschen spät getrickt, die Aufnahme. Ja. Aber ja. Das scheint einer zu sein von denen. Jo, das war einer von denen, ne? Ja, du bist es. Ich hätte nur sagen können, dass er sich umzieht, aber naja. Äh, es bleibt spannend. Er wird jetzt bestimmt hin und her rein. Ich gehe jetzt mal rein. Dann gucke ich mir das mal von innen. Ja, macht er. Ne, andersrum und ganz schön schnell. Glaube ich, ne? Manche etwas vorbeiruschen sehen. Naja. Okay. Auf jeden Fall sage ich mal bis zum nächsten Mal. Schön entspannt bleiben. Mihoji seh ich.